Der Videostarwein Hallo liebe Weinfreunde, der Videostarwein dieses Monat im Juli ist unser Pure Welch Riesling 2011. Ganz bewusst wurde der Welch Riesling im Monat Juli ausgewählt, weil er ein ganz besonderer, frischer, leichter Sommerwein ist, der auf jede Terrassenparty passt. Der Wein zeichnet aus, dass er ein sehr frisch-fruchtiges Aroma hat, nach grünen Äpfeln, aber auch etwas Exotisches, etwas Würziges schwingt damit. Und am Gaumen spiegeln sich quasi die gleichen Aromen wieder. Perfekt ist dieser Wein für jede Party, weil er ganz hervorragend als Aperitif passt oder als Wein nur so zum Trinken. Und das Beste daran ist, wie immer bei den Videostarweinen, der ist 15% jetzt im Angebot im Onlineshop. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!